Weißt du, wie ich das meine? Hier oben drum rum. Nee, glaub nicht. Warte mal, lass uns mal hier lang gehen. Aber hier... Hier sind die Fußsoldaten. Also hier müssten wir richtig sein. Mal gucken, wann er sie uns beheert. Mit seiner zweifelhaften Anwesenheit. Ja, genau. Ach, Fußsoldaten und Ausgräber, sagtest du. Ich hab übrigens nochmal einen mitgebracht. Der kommt da gerade. Hm. So, ich nehm mal nochmal den Ausgräber hier. Ich muss die alle zaubern, wenn die Schweine rumliegen. Hm, hm, hm. Kann ich noch nicht sein? Hm, hm. Hm, hm. Das lädt immer noch auf. Ja, super, ey. Ich seh nix mehr. Hast du auch von so einem Feuerding angehüllt? Mit die Bombe im Gesicht. Ja. So, Tattoebek, wo bist du? Ich bin auf der Reichweite. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, irgendwie. Scheint er ja. Mich schwimmen zu wollen, ne? Also, ich mein, ich beschwere mich hin. Ich gebe der EP, ne? Hehe. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Hier sind auch noch zwei. Oder einer zumindest. Der Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ein Magma-Elementar. Das lädt immer noch auf. Den hat's denn fortgerissen. Im wahrsten Sinne. Ah, da hinten ist er. Ah, hier ist er. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Jetzt nehmen die uns denn weg, oder was? Ja. So, wir gucken. Eben mithelfen. Ups. Ich hab auch einen Schlüssel gekriegt. Hast du auch einen Schlüssel gekriegt? Jo. Dann können wir wieder hoch. Cool. Boah, gerade hat mein Nacken geknackt, ey. Knickknack. Knickknack, genau. So, dann haben wir das. Knickknack, knick ab. Worauf reitet sie denn da? Fall bis Reitjack. Ach, ich häng fest. Dunkelblut. Bleibt auf dem Boden. So. Thorium-Bruderschaft. Meldet euch bei der Thorium-Spitze. Ist ja wieder einmal komplett um die Aser-Ecke hier. Ja. Gut. Ah, da hinten. Alles klar. Äh, wie kommen wir denn da am besten hin jetzt? Naja, im Endeffekt geht's hier lang. Wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Und dann querfeld ein. Und dann an der Seite entlang, ne? Und dann rechts hoch, wahrscheinlich. Genau. Ja, Asche, Hühnchen, geh mal weg. Jetzt brauchen wir dich auch nicht mehr. Scheiß Ding. Also jetzt kommen ja bestimmt hier noch einige Quests mit diesen, äh, den Lavaspinnen und den anderen Hoshis, die hier in den Zelten rumlungern, nehm ich doch mal stark an. Mhm, da geh ich auch mal von aus. Weil umsonst haben sie die ja nicht hier hingesetzt. Da geh ich auch mal stark von aus. Ja, ja, geh mal weg da. Ola, Kackvogel. Ach, guck mal, die ersten sogar. Oh, ne, schade. Ach ja, hier gibt's jetzt noch einen ganzen Haufen Quests. Ich bin ganz ohr. Oh. Jetzt einmal nach Obin. Lava-Spinnen. Hier müssen wir halt abgeben. Lust auf ein Glas? Redet mit mir. Bleibt sauber. Und unten war auch noch was, ne? Unten wimmelt es jetzt auch für Quests, quasi. Was geht euch durch den Kopf? Du Schande. Und eine tägliche Quest sogar. Ach, ne, Quatsch, das ist der äh, äh, Wildtier. Ne, dann mach doch. Denn der fehlt dir ja bestimmt auch noch, oder? Mhm, dir auch. Ja, mach mal. Ich muss mal eben gucken, ob meine Tierchen denn alle gesund sind. Ja. Kann ich ja zwischenzeitlich hier gerade nochmal vertickern. Ja, dann... Viel Glück. Machen wir mal. Jo, danke. So, mal gucken. Wer denn hier am besten ist gegen... Na ja, gut. Na, scheiße jetzt. Meine Tiere, die ich hier habe, die sind nicht so toll. Ach, das schaffst du schon. Aber krieg ich hin. Gegen Fliegende sind die nicht so... Ja, komm, jetzt macht der mal tot da. So, den ersten hätten wir schon mal geschafft. Und dann... Nehmen wir uns den nächsten Mal vor. Meine Made regelt sie alle. So, und der zweite ist hinüber. Ja, die sind doch nur Level 15. Ach so, na dann. Gott, halb so wild. So, komm mal. Einen noch und dann... Dann haben wir was. Fertig. Super. Was kriege ich denn Schönes? Wart, nur Erfahrung? Kein Dings? Och, Menno. Kein Sack irgendwie mit Wart? Nichts bekommen? Nein. Ne, nur 6550 Erfahrung. Hm. Aber gut. Das äh... Hat der da hinten? Das ist auch noch eine Quest. Oh. Mehr Requests. Den Ofen. Den ganzen Schnodder mal verkaufen hier. Hm. Den brauch ich auch nicht. Und den Cop. Den kannst du auch haben. Jo. Saubär. Perfekt. Und ich hab noch Stoff für dich. Oh, das ist schön. Und ich komm noch mal eben zu dir. So. Handeln. Hm, 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 hm. Boah, so viel. Cool. Ah, ah. Hm, und dat... Äh... 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 Wartet dat? Ja. Sehr gut. Super. So, ich bin gleich fertig hier. Hm. Hier ist jemand am Kämpfen. Haustierkampf. Boah, ey, da unten haben wir ja jetzt viele Quests. Vier Stück in dem Areal. Da haben wir ganz schön was zu tun. Läuft dein Stream jetzt gut? Ja. Der läuft ohne Problem. Ich hab jetzt hier mal um 8 Frames, hat er mir rausgehauen. Mhm. Aber das ist ja zu vernachlässig. Oh, super. Bei mir hat er auch bisher 56 Minuten, 57 Minuten sofort und noch keine Dropframes, nix. Hm. Läuft super. Schön nach dem Ärgernis gestern, ey. Ja. Also, Warmseidarm läuft bei dir gut quasi. Ja. Genau, der läuft top. Na, das ist ja schön. So. Kriegsgolems müssen wir töten. Hast du nicht gesagt, hier hinten ist auch eine Quiz? Ofen, ja, da hinten war irgendwie noch eine. Die hatte ich noch nicht angenommen. Weil ich glaub, hier in der Ecke war ich noch gar nicht. Warte mal. Ne, wo ich war, war hier. Bei ihm. Bei dem in der roten Rüstung? Mhm. Ja, der hat, glaub ich, zwei Quests oder so. Genau. Na, dann fangen wir doch mal an, wa? Ja. Hm. Ich glaube, da kannst du jetzt auf alles knüppeln, was dir hier vor der Flinte kommt. Außer die Magma-Elementare. Genau, aber die Kriegsgolems können wir schon mal direkt machen hier. Ich muss lernen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, und dann hier unten. Aber wir müssen auch die, äh, diese Magma-Flaschen, diese Flaschen füllen mit den Magma-Elementaren, glaube ich doch. Ach, wir haben Flaschen bekommen. Ach, kommt er schon wieder an. Der kommt an. Der Dicke kommt wieder an. Lung. Wo? Schwächt sieben Dampfschmiede der Dunkeleisenzwerge, sodass Lung ihnen helfen kann, einzuschlafen. Hä? Wieso hab ich denn die nicht gekriegt? Da, jetzt kommt er bei dir auch, oder? Nö. Okay. Lass mich den mal, lass mich den mal bitte alleine legen. Das lädt immer noch auf. Gucken, ob er dann erst ankommt. Jetzt kommt Lung bei mir auch an, ja. Okay, ist wieder so eine komische Aggro... ...Geschichte, ne? ...Halten-Quest, ja. Na, mach du erst mal. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, hier von... Ach, guck mal, hier oben, da ist halt der Dicke. Da müssen wir nämlich die, äh... ...Rashinarak, äh... ...Armschienen hier holen. Ah, ja, genau. Dann haben wir die nämlich schon, ne? Boing, boing. Das Haus ist noch nicht bereit. Super. Cool, dann haben wir die nämlich schon mal. Gefüllte Ofenflasche... ...äh... ...entnimmt eine Probe vom Körper eines Feuerelementars. Der Elementar muss noch am Leben sein, damit ihr die Probe entnehmen könnt. Also hier. Jo, hat funktioniert. Musst du einfach nur drucktricken. Rechts, äh, links auf... ...oder rechts auf deine Flasche. Passt du? Ja, mach das mal nicht. Kann sein, dass, äh, auch, dass jeder nur... ...äh, einmal kann. Warte mal. Probier's mal, ja. Zieh den mal eben ran. Also du kannst direkt beim Kampf direkt das Erste, was du machst, die Flasche nutzen. Ja, genau. Das hat er jetzt auch gemacht. Warte, ich probier's mal. Ich hab das auch noch. Aber nee. Nee, ich hab das nicht. Geht dann auch immer nur einer. Ja. Gibt das denn auch hier bei dem Magma-Elementar? Lass mal eben gucken. Versuch du mal. Geht, ja. Ah, geil. Das lädt immer noch auf. Bitte nichts töten, wenn Lung da sein. Oh, bitte. Kann ich noch nicht sagen? Das lädt immer noch auf. Ah, wir kriegen hier ja genug zusammen, ey. Ja, ja. Auf jeden Fall. Hier kannst du den ersten Dampfschmied machen. Ich kann mir auch flich einen nehmen. Setzt er sich auf den drauf, ey. Echt? Da bin ich ja gespannt. Und sagt, uah, warum seid ihr nass? Das ist ja geil. Und jetzt schlafen die weg, oder was? Ja, tatsächlich. Ja, ja, dann schlafen die ein. Das ist ja geil, ey. Komm du mal her. Oh, oh. Da kam der Dicke noch mal an, ne? Ja. Ja. Von den Flaschen hab ich jetzt drei. Okay. Ich hab zwei. Ne, auch drei. Genau, machen wir mal wieder einen Dampfschmied. Kann ich doch nicht. Kann ich nicht wieder rufsetzen. Wieso setzt sich meiner jetzt auf deinen? Und jetzt auf den anderen? Hä? Wie geht's? Kleiner Griefer, oder was? Naja, aber er hat nur zwei. Naja, er hat aber nicht beide gezählt. Okay. Bei... Ich nicht? Ne. Okay, weil bei mir hat gar keiner gezählt. Ist ja auch interessant. Okay. Strange. Warte mal, ich probier mal den hier. Ja, ich mach mal den Golem hier. Mann, dass der immer das Ziel wechseln muss hier auf dem Lung. Jetzt hat er sich drauf gesetzt. Das sieht so geil aus, wenn er mit seinem dicken Hintern diesen kleinen Zwerg deinen Boden rammt. Okay. So, Ausgubstfernrohr. Das lädt immer noch auf. Batz. Geil. Wir sitzen leichter als töten. Ja. Das glaube ich. Nein, nicht töten. Hier ist noch eine Blume. Also neun Spinnen brauchen wir. Ich bin außer Reichweite. Ach, Batz. Sieben Golems haben. Genau, hier können wir direkt hier ein paar, äh, Fliegen mit einer Klappe schlagen, sozusagen. Na, läuft doch. Super. Ähm. Dann hier oben waren noch ein paar Spinnen. So wie ich das gesehen hab. Also hier rechts ist grad eine, warte mal. Das ist zu weit entfernt. Genau diese hier, ne welche. So, und da oben ist auch noch eine. Oh ja, schön. Guck, guck. So, und hier hinten waren auch noch welche. Und ein Golem. Ach, schön. Und ne Blume. So, hast du mal ein Schild wieder und ein bisschen Heilung. Ja. Klappt doch. Perfekt. So, was haben wir jetzt? Noch drei Golems und vier Spinnen. Mhm. Wie viel brauchst du nur noch von diesen Dunkeleisen? Also von denen, wo er sich drauf sitzt. Du bist weit entfernt. Ähm. Drei. Okay, ich mach noch vier. Hier hinten ist auch noch einer. Willst du denn mal machen? Dann nehm ich den Golem hier. Okay. Kann ich tun. Klaatsch. Kann ich noch nicht wirken. Oh, ein Golem. Also ich meinte nicht dich, sondern ich bin ein Zauberer. Hm, ich will eine Art Blümchen. Dafür muss ich aber den Golem legen. Was hast du denn da für ein Blümchen? Feuerblüte. Eine Feuerblüte, ja. Noch nicht bereit. Sehr praktisch. Oh nein. Jetzt liegt der Golem da genau drauf. Hat der nie Blume platt gemacht. Rums. Guck mal, hier hinten ist noch, ähm, von den Elementaren wieder einer. Oder da hinten sind wahrscheinlich auch noch welche, ne? Äh. Ja. Hier an dem. Hm. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht wirken. Wie viele brauchst du denn da noch von? Ich hab jetzt grad draufgeklickt, also ich brauche jetzt noch sechs wie du. Äh. Ah, guck mal, da kommt noch ein Dampfschmied. Und hier hinten ist noch ein Dampfschmied. Jo. Ich geh mal weg. Da ist sogar noch hinterm Zelt ist noch einer. Wenn du willst, kannst du den ja auch holen. Wie viele Dampfschmiede brauchst du jetzt noch? Ähm. Warte mal, ich muss mal gucken, ob der jetzt schon gezählt hat. Jetzt brauche ich noch zwei. Ja, ich auch. Gut, na hier hinterm Zelt ist gleich einer. So. Super, äh. Dann an den Golems vorbei und dann nochmal ein paar Dinger hier einsammeln. Mhm. Jetzt kommt der Dicke hier wieder angeschissen. Der kann ja nix. Der kann ja nix, außer sterben. Wie viele Flaschen hast du gefüllt? Ähm. Jetzt sieben. Und du? Vier. Dann mach du mal die nächsten. Dann ist das gerechter. So. Hier hinten haben wir noch... Ah, hier kommt noch so ein Zwerg an. Wie er ist fast für ein riesiger Hintern. Auf jeden Fall. Aber zum Glück hat er noch eine Hose an. Sonst wäre es schlimmer. Ich habe jetzt alle Zwerge. Mhm. Cool. Mir fehlt noch einer. Genau, einer fehlt noch. Äh, äh, ist hier noch einer? Äh, ist hier noch einer? Nee, wa? Was ist denn hier? Ach, hier sind die Lavaspinnen noch. Ah ja, mein, mein, äh... Typ ist auch weg. Lunk ist weg? Mhm. Ach, da hinten ist noch so ein Zwerg in so einem Zelt. Den hole ich mir mal. Kann ich noch nicht werden. So, Platsch, Truffesessen. Jo. Und dann kannst du die nämlich auch direkt, äh, abgeben. Jo. So, Schissen. Schissen, äh, zu den Spinnen eben. Die sind ja hier geradeaus weiter, ne? Mhm. Genau. Ach, hier war schon jemand. Oh, hier war jemand, der war sehr fleißig. Mhm. Vier brauchen wir noch von denen. Hier ist noch eine Blume. Genau, da wollte ich auch gerade hin. Ah, hier sind... Hier sind jetzt schon wieder zwei Spinnen, drei Spinnen. Oh, sehr gut. Oh, komm mal her. Krass. Synchron sterben. Aber wie? So, jetzt brauchen wir noch zwei Spinnen. Hier ist noch eine. Genau. Und da hinten ist auch noch eine. Oh, die ist ein bisschen weiter weg. Aber guck mal, hier oben links sind noch zwei von diesen Feuerelementaren. Mhm. Sehr gut. Komm du mal direkt her. So, jetzt habe ich auch, äh... Du machst aber echt ordentlich Schaden, mein Lieber. Ein bisschen haut da raus, ja, stimmt. Ja, da hinten ist noch einer. Wie viele Flaschen hast du jetzt? Sieben. Ich auch. Dann nimm du die jetzt mal. Ähm, okay. Ja, hat gerade noch so geklappt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Super. Dann können wir ja jetzt noch mal eine Runde weiterziehen. Da hinten müssten auch noch Spinnen gewesen sein, hier lang. Yo. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite.